Kurz und knackig, was bedeutet der Begriff aufkreuzen? Aufkreuzen bedeutet, wenn man eigentlich im Tank schon fertiges Bier hat, dass man so in der Regel 10% an jungen Bier mit Hefe, also das noch gärt, nochmal dazu gibt, dass man nochmal frische Kohlensäure in dem Tank aufbauen kann. Okay, super, vielen Dank.